Musik Hallo, sicher kennt ihr die Planet Waves Seitenkurbel. Das ist der Pro-Weinder, er hat zusätzlich einen Seitenschneider, einen Endknopf-Lifter und einen Seitendehner, wenn ihr die Seiten gewechselt habt, fahrt ihr damit zwei-, dreimal hoch und runter, dehnt die Seiten, sodass sie sich nach dem Neu-Drauf-Machen nicht mehr so leicht verstimmen. Und das hier ist ein Planet Waves Aufsatz für Bohrmaschinen. Der Aufsatz passt auf jede Bohrmaschine, ganz einfach nur draufsetzen, ansetzen, damit spart man eine Menge Zeit beim Seitenwechseln. Der Bohrmaschinenaufsatz von Planet Waves passt auf alle Gitarren, Klassikgitarren, Konzertgitarren, E-Gitarren oder auch Akustikgitarren. Und er hat hier zwei verschiedene Öffnungen, wenn sie nicht zu dick sind, passt er sogar auf die Öffnung für Bässe. Ein tolles Teil, das unglaublich viel Zeit spart. Hi, you surely know the Planet Waves Peckwinder. The Planet Waves Pro Peckwinder. It has a string cutter. There is a bridge pin puller. There is a bridge pin puller. And a string stretcher. The Drill Bit Peckwinder. The Drill Bit Peckwinder. It fits on any drill machine. It is easy to fix. You just put it on. The Drill Bit Peckwinder. And you will save a lot of time with this item. The Drill Bit Peckwinder. It works on any guitars, classical, electric or acoustic guitars and even on basses. It works on otherğmen. The Drill Bit. Good showahac. There is a solution to allowing sci-fierer Matias